Herr Baum, Sie sind in etwa eine Generation. Sie sind zehn Jahre älter. Sie sind beide im Osten geboren, beide dann in den Westen rüber. Sie haben in den 50er Jahren, Herr Baum, die FDP gewählt. Warum? Als Partei. Ich habe nach dem Zusammenbruch mich umgesehen, als ich politisch wach wurde, habe gesagt, das ist ja eine furchtbare Katastrophe. Wie ist denn das gekommen? Wie konnte ein Volk einen solchen moralischen Absturz erleben und herbeiführen, in dem ja in Weimarer Zeit Hitler gewählt worden ist? Also wir haben uns gefragt, ist das überhaupt zu reparieren? Haben die Deutschen eine Fähigkeit zur Demokratie? Und wir sind zum Ergebnis gekommen, ja. Und die Grundlage war das Grundgesetz. Das ist die beste Verfassung, die wir je hatten. Und sie hat einen Ausgangspunkt, einen sittlichen Ausgangspunkt. Das ist die Menschenwürde. Zum ersten Mal beherrscht die Menschenwürde die ganzen Paragraphen des Grundgesetzes. Unser Zusammenleben. Und das ist nicht aus der Luft gekommen, sondern es gab vorher die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 75 Jahre feiern wir jetzt am 10. Dezember. Und da ist zum ersten Mal im Völkerrecht die Menschenwürde mit den Friedensbemühungen zusammengekoppelt worden. Leute haben gesagt, damals in einer Phase der Besinnung, muss man sich mal vorstellen, die waren geschockt von der Barbarei des vorigen Jahrhunderts. Dann haben sie alle zusammengesessen, alle Kulturen, alle Religionen und haben diese Erklärung abgegeben. Und Sie glauben, bei der FDP ist das am besten aufgehoben gewesen, sozusagen der Schutz eben dieses neuen Grundgesetzes. So verstehe ich jetzt Ihre Worten, denn das war ja auch... Also die FDP war damals schon in einer Situation, wo man sie verändern musste. Wir sind da reingegangen und wollten sie verändern. Ich meine, wer ist denn schon mit einem Zustand einverstanden? Das ist ja ganz seltener Fälle. Wir wollten die Demokratie wirklich in Bewegung setzen. Wir wollten das Grundgesetz zum Leben erwecken. So Jahrgang 32, Sie sind Jahrgang 41, Herr Gauland. Sie sind in den 70er Jahren, also Sie haben den Krieg zwar auch noch erlebt, aber nicht so intensiv, aber vor allem die Nachkriegszeit auch. Sie sind in den 70er Jahren in die CDU eingetreten. Warum? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie sind in den 70er Jahren in die CDU eingetreten. Warum? Warum? Das war damals das Problem deutsche Teilung. Wie überwinden wir die Bundesrepublik sozusagen als Vorbild für ein demokratisches Gesamtdeutschland? Das war die Politik Adenauers und Erhards, die mich damals bewogen hat, in die CDU einzutreten. Ich komme ja aus dem Osten. Ich habe in der DDR Abitur gemacht. Chemnitz, Dresden. Genau. Und habe mir dann im Westen deutlich gesagt, du musst damit dazu beitragen, dass das hier das Vorbild für mal ein später wiedervereiniges Deutschland wird. Okay, also Grundgesetz, wiedervereiniges Deutschland. Herr Baum, Sie haben gesagt, unsere Demokratie ist in Gefahr, wie sie nie sei in Gefahr, weil seit 1949, 49. Auch wegen der AfD, auch wegen Menschen wie Alexander Gauland? Also es ist eine allgemeine Feststellung, die nicht ich alleine treffe, dass im Moment der Rechtsextremismus die größte Gefahr ist für unsere Demokratie. Und der zeigt sich unter anderem in der AfD. Aber nicht nur. Die AfD ist sozusagen der parlamentarische Arm einer Bewegung, die bis in das Bürgertum hineingeht. Das Bürgertum, sagen die Experten, radikalisiert sich. Also wir sind einer Welle von Rechtsextremismus ausgesetzt. Das heißt, wir bewegen uns vom Grundgesetz weg. Also die Bindungskraft des Grundgesetzes lässt nach. Das ist höchst bedenklich. Und es lässt nicht nur nach durch die Systemverächterung, sondern durch die Gleichgültigen im Lande. Wenn die Gleichgültigen das Grundgesetz nicht verteidigen, dann wird es ganz schlimm. Also da, ich gehe die ganze Republik auf und ab und sagt, ihr müsst eure Verfassung verteidigen. Ihr müsst die Freiheit verteidigen. Mit Zähnen und Klauen. Sonst ist sie nicht zu retten vor Leuten, die die Freiheit benutzen, um sie abzuschaffen. Das ist gewissermaßen der Vorwurf, den der Verfassungsschutz der AfD macht. Es ist jetzt sozusagen ein zweiter Landesverband als gesichert, rechtsextremistisch eingestuft worden, Sachsen-Anhalt. Die Begründung vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt lautet, die AfD in Sachsen-Anhalt strebt die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie in ihrer derzeitigen Form an. Sie ist fortwährend bestrebt, das demokratische System der Bundesrepublik Deutschland sowie seine Institutionen und deren Vertreter verächtlich zu machen, um das Vertrauen der Bevölkerung in diese fundamental zu erodieren. Wollen Sie die parlamentarische Demokratie aushöhlen? Das wollen wir natürlich nicht. Das will niemand bei uns, denn nur in der parlamentarischen Demokratie können wir ja arbeiten. Das heißt, ein anderes System wäre für alle Parteien, das gilt für die FDP genauso wie für uns, nicht möglich, wirklich zu arbeiten. Von daher ist das Unsinn. Das ist der Versuch des Verfassungsschutzes sozusagen, uns zu delegitimieren. Es stimmt aber mit der Wirklichkeit nicht über allen. Wir sind im Gegenteil sogar für eine Demokratie, bei der es mehr Volksabstimmungen gibt, bei der es mehr direkte Demokratie gibt. Darüber kann man streiten, das weiß ich. Aber jedenfalls gibt es für uns keine Alternative zum Grundgesetz und zur parlamentarischen Demokratie. Und wir haben nie etwas anderes gefordert und gewünscht. Aber Sie verletzen das Grundgesetz. Nein, das machen wir nicht. Ich will es Ihnen sagen, Sie haben einen Ansatzpunkt der Kritik, der zur Verfassungswidrigkeit führt. Sie haben ein völkisches Denken, das andere Menschen anderer Herkunft, anderer Religion ausgrenzt. Und das Verfassungsgericht hat gesagt, ich sage das aus, wer Menschen ausgrenzt, wer verletzt deren Menschenwürde. Das ist der Hauptvorwurf, den die Verfassungsrechtler Ihnen machen. Ich setze noch einen dazu. Vielleicht eins nach dem anderen? Ja, noch einen dazu. Ich könnte noch mehrere nennen. Einer dazu ist zum Beispiel Europa. Nein, aber wirklich. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir bei einem nach einem bleiben. Aber Sie haben gesagt, Herr Gauland, ich habe gelesen, Sie haben gesagt, der Parlamentarismus in der jetzigen Form muss abgeschafft werden. Habe ich nicht gesagt. Ja, ich habe das gelesen. Können Sie mir das beweisen? Das habe ich nie gesagt. Also ich habe es nie gesagt und es ist auch nicht die Meinung der Partei. und es steht auch nirgendwo bei uns geschrieben. Es wird einfach vom Verfassungsschutz etwas behauptet. Wie wollen Sie denn als Partei in einem anderen System als der parlamentarischen Demokratie arbeiten? Okay. Also ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt, dass ich die parlamentarische Demokratie abschaffen will. Also es gibt ja Hinweise vom Verfassungsschutz, der beobachtet, das heißt, er kann E-Mails lesen, er kann Telefonate abhören. Das ist etwas, was nicht öffentlich ist, aber Reden kann man hören. Und eine Rede wollen wir uns kurz anhören. Die kommt von Björn Höcke, der Vorsitzende der AfD in Thüringen. Er hat am Anfang des Monats in Dresden bei einer Kundgebung von Pegida gesprochen. Jetzt, liebe Freunde, ist der Ernstfall offenkundig. Jetzt sind wir in das Stadion des Vorbürgerkriegs eingezogen. Und glaubt mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen. Dann werden wir uns finden. Dann sind wir das, was wir immer waren. Treu und Deutsch und eine Gemeinschaft, die die Zukunft erkennt. Vorbürgerkrieg, treue deutsche Gemeinschaft. Wie klingt das in Ihren Ohren, Herr Baum? Das treue deutsche Gemeinschaft, wissen Sie, klingt so, wie ich es als Kind erlebt habe in Dresden. Ein Transparent an der Oper, ein Volk, ein Reich, ein Führer. Wissen Sie, diese Attitüde der Deutschen. Wir sind das Herrenvolk. Vielfach in Magdeburg von Delegierten beschworen. Diese Überheblichkeit, diese Abkopplung von den westlichen Demokratien, dieser Rückzug an das Stammesfeuer. Wir sind die Größten. Wir leben für uns. Wir wissen, was das Volk ist. Dieses völkische Denken hat ja bis zur Nazi-Zeit eine Rolle gespielt. Wir haben das endlich mit dem Grundgesetz überwunden. Und jetzt ist es wieder da. Das Völkische. Da kommen wir gleich zu. Darf ich über das Vorbürgerkriegsszenario einmal mit Ihnen sprechen? Was genau heißt, wir befinden uns im Vorbürgerkrieg? Was genau heißt, wir befinden uns im Vorbürgerkrieg? Müssen Sie Herrn Höcke fragen? Das weiß ich nicht. Ich interpretiere das, was er gesagt hat, so, dass die Spaltung in der Gesellschaft, die Gefahr für das Grundgesetz wie für unser Zusammenleben ist. Und dass er das deutlich machen will. Und auch im Grunde genommen eine Politik vertritt, die gegen diese Spaltung in der Gesellschaft ist. Es steht nirgendwo, hat Herr Höcke bei der Rede gesagt, er wolle die parlamentarische Demokratie abschalten. Haben Sie sein Buch gelesen? Nie zweimal im selben Fluss? Wenn man das liest, dann weiß man, dass Herr Höcke mit einem Bürgerkrieg im Großteil Europas rechnet. Er bereitet sich darauf vor. Er sagt, wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen. Er redet davon, die Festung der Etablierten von drei Seiten in die Zange zu nehmen. Protestierende Bürgerbasis, als parlamentarische Speerspitze die AfD. Und dann wäre wichtig noch eine weitere Front aus frustrierten Teilen der Staats- und Sicherheitsapparates heraus, die die Wahnsinnspolitik der Regierenden ausbahnen müssen. Ist das eine Stütze des demokratischen Systems? Das können Sie so interpretieren. Sie interpretieren es anders. Ich habe es nie als Abschaffung der Demokratie interpretiert. Wie interpretieren Sie das? Dass Herr Höcke eine gewisse Gefahr sieht in der politischen Entwicklung, die dazu führen kann, dass wir Zustände bekommen, wie wir sie ja leider in einigen Ländern sozusagen schon haben. Die Auseinandersetzungen nehmen zu. Die Auseinandersetzungen im Parlament nehmen zu. Das ist gut und richtig. Aber Sie nehmen leider auch auf der Straße zu. Und wenn Herr Höcke dem entgegentritt, ich hätte diese Formulierung so nicht gebraucht, aber ich kann das akzeptieren. Ich kenne ihn gut. Er ist ein Demokrat und er ist kein... Sie kennen ihn nicht, lieber Herr Baum. Aber ich lese von ihm. Das reicht ja, was er sagt. Entschuldigung. Ich kenne Herrn Höcke. Er ist Demokrat. Er ist auch nicht völkisch. Wir vertreten kein völkisches Ideal. Das heißt, jeder muss von einem Deutschen abgestammt sein, sondern wir vertreten sozusagen die Kulturgemeinschaft. Ja, wir sind gegen die Massenimmigration von Menschen, die von einer völlig fremden, uns fremden Kultur kommen. Und Sie sehen auf den Straßen, was wir jetzt erleben können, in der Auseinandersetzung um Israel, dass es in der Tat Menschen gibt, die bei uns eingewandert sind, die mit den Werten, die auch Sie vertreten und ich auch vertrete, überhaupt nichts zu tun haben. Und das war ein Fehler. Und das sagt auch Herr Höcke. Völkisch ist das Stichwort. Was meinen Sie mit völkisch? Herr Höcke hat ja kein... Es ist ja kein Befriedungselement. Er sagt uns den Kampf an. An einer anderen Stelle der Entscheidung, die Sie zitiert haben, Sachsen-Anhalt, Verfassungsschutz, da ist von den drohenden Bürgerwehren die Rede. Das heißt, die Nähe zur Gewalt ist da. Übrigens gibt es im Lande... Es gibt keine Bürgerwehren der AfD. Nein, aber er denkt darüber nach. Also ich bin der Meinung, dieses völkische Argument ist so deutlich und es kommt immer wieder raus, dass alle Beobachter, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz, übrigens auch das Bundesverfassungsgericht zur NPD gesagt haben, das ist die demokratische Schwachstelle Ihrer Partei. Das ist das alte Denken. NPD, aber nicht zu uns. Das ist genauso bei Ihnen. Das heißt, Entschuldigung, es wird einfach behauptet. Ja, ist aber so. Nein, wir haben kein völkisches Weltbild. Darf ich nachfragen? Also, wenn Sie sagen, wenn Sie vom Bevölkerungsaustausch sprechen und davon, dass wir als Volk und Nation allmählich absterben sollen, Klammer auf, wenn es nach dem Willen von Angela Merkel geht, Klammer zu, was meinen Sie dann? Ganz einfach. Das ist das, was wir immer wieder fragen. Dass die Masseneinwanderung zu kulturellen Veränderungen führt, die für ein Zusammenleben von Bürgern nicht geeignet sind. Das wollen wir doch mal hinterfragen. Sie haben sich damals kritisch geäußert, 2015, als Frau Merkel die Leute aus dem schrecklichen Bürgerkrieg aus Syrien aufgenommen hat. Wir alle haben sie aufgenommen. Wir haben Leute, die aus einer schrecklichen Bürgerkriegssituation kamen, bei uns aufgenommen. Und Sie haben damals gesagt, so, jetzt haben wir ein Argument gegen die regierenden Parteien. So, als ob unsere Menschlichkeit ein Argument sei, sie anzugreifen. Wir haben damals wirklich Menschen geholfen vor Gewalt und Unterdrückung und Folter und was nicht alles. Dagegen hat niemand was. Und Sie werden auch nichts sagen, nehme ich an, gegen die Ukraine-Flüchtlinge hier. Was Sie sagen zu der jetzigen zusätzlichen Flüchtlingsbewegung, das ist ein Problem, ein Riesenproblem. Und das kann man nicht so einfach lösen. Sie haben ja auch keine Partei. Sie sagen, die müssen alle abgeschoben werden. Das ist alles sehr schwierig. Das sagt Herr Scholz, dass sie alle abgeschoben werden müssen. Ich gebe Ihnen gerne zu, dass sich die Regierenden etwas zu spät darum gekümmert haben. Sie haben sich gar nicht darum gekümmert. Aber Sie haben doch auch keine Lösung. Im Grunde sind Sie eine rückwärtsgewandte Partei. Wo haben Sie eine Lösung? Das ist die Frage. Warum haben Sie eine Lösung zu den Lebensproblemen? Haben Sie eine Lösung zur Migrationsfrage? Das ist eine Frage, die ich gerne weitergebe. Wenn wir es nach vorne drehen. Es geht schon mit dem Grenzschutz los. Jetzt wird er plötzlich eingeführt. Jetzt. Wir fordern es im Grunde genommen seit Jahren. Aber er wird jetzt eingeführt. Jetzt sagt Frau Faeser, ja, das mache ich. Jetzt sagt Herr Scholz, ja, es muss im großen Stil Rückschiebungen geben. Warum denn jetzt erst? Das sind Dinge, die wir die ganze Zeit fordern. Und Sie sagen, das sei undemokratisch. Aber bei Herrn Scholz ist es demokratisch. Nein, undemokratisch war es ganz anders. Sie greifen das Demokratieprinzip an, das Rechtsstaatsprinzip. Alles. Sie greifen eine unsere freiheitliche Ordnung an. Alle ihre Äußerungen in der Partei. Das Sachsen-Anhalt ist ja nur ein Beispiel. Die rechtsextremen Tendenzen sind stärker geworden in Ihrer Partei. Das ist doch die Situation. Das ist eine schlichte Behauptung, die der Verfassungsschutz Entschuldigung in der Auseinandersetzung zwischen Parteien sozusagen gegen uns Menschenwürde. Das ist eine schlichte Behauptung. Sie können es im Grunde genommen nie belegen. Es gibt es im Lande, es gibt Journalisten. Ein Beispiel nehmen, wenn wir jetzt bei Migration sind und wenn wir bei der Frage eben von auch dem Grundgesetz sind. Es gibt aus dem Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt, der führt ja aus, warum Sie glauben, dass eben die Partei rechtsextrem ist. Da geht es quasi um die Frage der Menschenwürde. Da wird gesagt, führende Vertreter der Partei bedienen sich einer dämonisierenden Wortwahl, indem sie Migranten zum Beispiel als Invasoren, Eindringlinge oder kulturfremde Versorgungsmigranten diffamieren oder deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund als Passdeutsche bezeichnen. Eine solche Abwertung von Menschengruppen aufgrund ihrer ethnischen oder religiösen Identität verstößt. Gegen das Prinzip der Menschenwürde Artikel 1 Absatz 1 ins Grundgesetz. Das ist das, was der Verfassungsschutz zu dieser Frage sagt. Und das wäre eindeutig verfassungswidrig. Und die Zitate kommen aus öffentlichen Reden. Also ich sage... Darf ich Herrn Gauland dazu reden? Nein. Doch. Ich will jetzt hier überhaupt nicht über einzelne Worte schreiten. Nein, das müssen wir, Herr Gauland. Entschuldigung. Wir müssen bitte über Invasoren reden, über kulturfremde Versorgungsmigranten. Wir sind für das Demokratieprinzip, wir sind für das Grundgesetz. Allerdings ja, in der politischen Auseinandersetzung werden manchmal auch Formulierungen gebraucht. Das ist mir selbst schon so gegangen, die man später vielleicht so nicht gebraucht hat. Das ist klar. Aber die Frage ist, sind diese Formulierungen noch auf dem Boden des Grundgesetzes oder nicht? Wir streiten hier in dieser Sendung immer heftig. Und es werden heftig auch das, was Regierungen tun, angegriffen. Die Frage ist, betreibt man Hetz oder nicht? Und wenn man von Invasoren, Eindringlingen, kulturfremden Versorgungsmigranten redet, meint das Grundgesetz... Die Menschenwürde beinhaltet nicht, Frau Maischberger, dass alle Menschen, die wollen, hier nach Deutschland kommen können. Aber da sind wir uns doch vollkommen einig. Das ist doch nicht das Problem. Das Problem ist, wie retten wir das Asylrecht? Es gibt ja politisch Verfolgte noch auf der Welt. Welche Verfahren und wo wenden wir an, um festzustellen, ob es ein politisch Verfolgter ist oder nicht? Also ich meine, ich komme aus Dresden. Ich bin gestört worden auf einer Kundgebung von Pegida. Pegida ist ja auch einer ihrer Schützlinge, dieser Organisation. Und die sind voller Fremdenverhandlichkeit, richtig von Hass durchsetzt. Das ist doch schrecklich. In einer Gesellschaft, Herr Gauland, die weiß Gott andere Probleme jetzt hat. Die Welt ist in Aufruhr. Die Welt ist aus den Fugen. Unser Land ist bedroht. Krieg und Auseinandersetzung. Und wir sitzen hier und müssen plötzlich die Demokratie verteidigen. Wohin sind wir gekommen. Herr Bauen, wir müssen gar nicht die Demokratie verteidigen. Sie müssen sie nicht gegen mich verteidigen. Ich bin genauso demokrat wie Sie. Und wir werden ja sehen, ob es der Versuch auch nur, es wurde ja vorhin gezeigt, der Versuch auch nur, die AfD zu verbieten. Da möchte ich mal sehen, was das Verfassungsgericht sagt. Wir sind ein bisschen zu schnell. Wir sind ein bisschen zu schnell. Noch gibt es, und vielleicht wird es nie ein Verbotsverfahren geben, aber eines noch. Sie haben selber einmal davon gesprochen, dass man damals die Migrationsbeauftragte, Frau Oesus, aus Deutschland entsorgen sollte. Ich habe ja auch gesagt, man macht in der politischen Auseinandersetzung Fehler. Den haben Sie zweimal gemacht. Sie wollten auch Frau Merkel entsorgen. Mir geht es jetzt wirklich um die Wortwahl. Ich habe das nicht zweimal gemacht. Doch, Sie haben zweimal das Wort entsorgen. Mir geht es tatsächlich um die Wortwahl, weil das ist verfassungsrelevant. Ist es menschenverachtend? Es war nie gemein, Entschuldigung. Es war nie gemein, dass es war völlig klar, dass es ein politisches Entsorgen war. Und liebe Frau Maischberger, ich habe die Debatten aus der Zeit im Bundestag mitbekommen, wo Herr Wehner noch da war und Herr Strauß noch da war und Herr Dähler noch da war. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Das waren ganz andere Debatten. Da sind wir ganz harmlos dagegen. Wissen Sie, was der Unterschied ist? Die haben sich gegenseitig angegriffen, aber nicht auf Minderheiten sich gestürzt. Mit solchen Worten. Das muss man einmal sagen. Aber, Entschuldigung, ich wollte mir wieder ein... Wir sind gegen Minderheiten. Wir wollen nur die demokratische Gesellschaft in Deutschland erhalten. Und wir sehen heute auf den Straßen in der Auseinandersetzung um die Israel-Frage, dass wir die falschen Einwanderer hier haben und dass hier Menschen gekommen sind. Nein, haben wir doch nicht. Wir sind Menschen gekommen, die unsere Werte, die Sie hier beide so verteidigen, überhaupt nicht teilen. Also mich interessieren in erster Linie... Das ist ein Punkt, den wir bitte aufnehmen wollen. Das sind Menschen, die antisemitisch, demonstrieren auf deutschen Straßen. Mich interessieren zunächst einmal unsere deutschen Mitbürger, die das Verhältnis zum Grundgesetz verloren haben. Auch junge Leute, die gar nicht mehr wissen, was das für eine Erogenschaft ist. Aber Sie müssen das Argument aufnehmen. Und die Menschen, die antisemitisch demonstrieren, gibt es Gruppen, die von unserer Geschichte nichts wissen. Beispielsweise nichts vom Holocaust, den sie ja relativieren, was ich schlimm finde. Und diese Leute kommen aus einer anderen Kultur, sind anders erzogen worden und haben keine Ahnung, was unsere Werte sind. Und deshalb sind sie auf der falschen Seite. Und deswegen ist eine solche Einwanderung auch falsch. Aber doch nicht die gesamten Einwanderer. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe ja gesagt, diese Einwanderung ist falsch. Nein, die Einwanderung ist absolut nicht diese unkontrollierte. Aber die Einwanderung ist absolut notwendig, wenn wir unsere Wirtschaftskraft... Aber sie war unkontrolliert, Herr Baum, und sie ist bis jetzt unkontrolliert. Natürlich gab es doch immer Verfahren. Selbst als ich im Amt war, gab es Verfahren. Als Sie im Amt waren, war das eine ganz andere Situation. Überhaupt kein Vorwurf. Es war eine völlig andere Situation. Wir hatten nicht diese Masseneinwanderung, die wir jetzt haben. Ja gut, aber das kann doch nicht dazu führen, dass man eine rechtsextremistische Partei wählt. Da muss man die Regierenden auffordern, hier jetzt... Ich wähle keine rechtsextremistische Partei. Natürlich tun die Leute das. Sie werden von Protestwählern gewählt, nehme ich mal an, die mit ihrer Ideologie nichts zu tun haben. Das ist schlimm. Die demokratischen Parteien müssen die zurückholen. Müssen sie wieder als Grundgesetz bringen. Es gibt Wahlen. Es gibt Wahlen. Wenn die demokratischen Parteien, wie Sie das nennen, das sind wir übrigens auch. Aber wenn die... Ich nenne das jetzt die Altparteien. Wenn die Altparteien diese Probleme gelöst hätten, gäbe es uns nicht. Uns gibt es, weil diese Probleme nicht gelöst worden sind. Ich darf noch mal einhaken. Die Frage, wie Sie die Probleme lösen wollen, hat jetzt einmal Ihr Spitzenkandidat für die Europawahlen öffentlich beantwortet. Er heißt Maximilian Krah. Und das ist seine Idee, wie man mit der Migration umgeht. Jeder ist da am besten, wo er hingehört. Einwanderung funktioniert nicht. Niemand ersetzt fehlende Kinder eines Volkes. Dieses Volk stirbt aus. Wir wollen nicht aussterben. Also brauchen wir keine Einwanderung, sondern Kinder. Denn Einwanderung ist Multikulti und Multikulturell ist Multikriminell. Teilen Sie das, Herr Gauland? Ich hätte es so nicht ausgedrückt. Sie sagen immer, ich hätte es so nicht ausgedrückt. Bei Höcke, bei dem jetzt... Nein, das kommt ganz drauf an. Teilen Sie das? Einwanderung aus Ländern, die unsere Werte teilen, ja. Einwanderung in unsere Sozialsysteme aus Ländern, die überhaupt nichts mit unseren Werten zu tun haben. Nein. Er sagt, Einwanderer sind eigentlich alle kriminell. Teilen Sie das? Wie können Sie denn Leute zum Beispiel aus einem Land, das keine Demokratie ist, die hier hinkommt, generell als Feinde der Demokratie bezeichnen? Sie müssen den einzelnen Menschen angucken. Dort werden im Iran Leute unterdrückt oder überall in der Welt. Und da kommen Sie zu uns... Wir sind ja nicht gegen das Asylrecht. Entschuldigung. Sie kommen jetzt wieder mit dem Iran. Da sind das Leute politisch verfolgt. Jawohl. Aber das ist es ja nicht. Entschuldigung, wo kommen denn die meisten Leute her? Die kommen gar nicht aus Diktaturen. Aus Subafrika kommen die Leute. Es kommen die Leute plötzlich aus der Türkei. Das sind ja alles... Die Türkei ist NATO-Mitglied. Ja, ja. Also, bitte. Aber es müssen rechtsstaatliche Verfahren entwickelt werden. Und sie müssen umgesetzt werden in einem Europa, das nicht solidarisch ist. Das muss man doch sehen. Ich möchte was zu Herrn Krah sagen. Nein, in der Flüchtlingsklage nicht solidarisch. Ja, ich habe keine Antwort. Zu Herrn Krah möchte ich noch was sagen. Ich wollte gerne noch wissen, ob Herr Garland die Haltung von Herrn Krah auch teilt, dass Einwanderung gleichzusetzen ist mit Kriminalität. Das würde ich schon gerne wissen. Einwanderung und Kriminalität im Prinzip Hand in Hand gehen. Da gibt es offensichtlich gewisse Relationen. Ich kann das jetzt nicht genau sagen, was er da gemeint hat. Das ist Ihr Spitzenkandidat. Also, wir sehen es doch jetzt auf den Straßen, Frau Maischberger, dass es natürlich Einwanderer gibt, die unsere Rechts- und Wertordnung nicht belegen. Aber es gibt viele andere. Und das war ein Fehler. Ja, es ist nicht kontrolliert worden. In dieser Stadt leben wir mit einer großen Zahl von Muslims seit Jahren friedlich zusammen. Darf ich noch eine Frage stellen, die sich daran anschließt? Die hat ja auch niemand was. Aber die, die in Berlin demonstrieren, für ihre Mass, das sind die, die leben. Es gibt auch Deutsche, die schreckliche Ansichten haben und demonstrieren. Und übrigens auch von links. Aber die Hauptgewalt geht heute von rechts aus bis zu Morden. Das müssen Sie doch sehen. Da wird Hass im Internet, wird aufgeblasen. Und die Leute sind motiviert, praktisch gegen diese Demokratie zu kämpfen. Und zu Herrn Kram möchte ich sagen, es gibt einen zweiten Punkt, der mich außerordentlich stört und zur Verfassungswidrigkeit Ihrer Partei führt. Das ist die totale Ablehnung der europäischen Einigung, wie sie heute ist. Sie wollen Europa zerschlagen. Nein, das ist nicht wahr. Der Kram, der Spitzenkandidat, hat das doch gesagt. Sie wollen zurück zu den Nationalstaaten. In einer Situation, wo Europa für uns ganz wichtig ist. Europa ist unsere Zukunft. Wir haben keine andere, um uns in dieser Welt zu bewegen. Sie sind eine Anti-Europa-Partei. Sie müssen Ihnen einmal darauf reagieren. Wir wollen nur, und das ist völlig richtig, die EU reformieren. Wir wollen nicht... Will jeder. Außerdem, die EU ist nicht Europa. Wir sind alles Europäer. Und auch wir sind Europäer. Aber die EU hat sich in einer Weise entwickelt, Sie sehen es ja am Brexit. Es können auch andere möglicherweise dazu kommen, auszutreten. Schauen Sie sich die Polen an, schauen Sie sich die Ungarn an. Das sind doch alles Probleme. Da können wir doch nicht einfach sagen, Europa ist toll und gut. Nein, Europa hat viele Probleme, aber Europa ist unverzichtbar. Fänden Sie es denn gut, wenn es gab mal eine Forderung, Deutschland soll die EU verlassen? Davon sind Sie weg. Haben wir nie gesagt. Wir haben immer gesagt, wir wollen Europa, die Europäische Union reformieren. Wir wollen bestimmte Dinge nicht gemeinsam haben. Wir wollen sozusagen den Nationalstaat in seinem Kern erhalten. Aber wir sind für die Wirtschaftsgemeinschaft so, wie sie ursprünglich von Walter Hallstein und Konrad Adenauer konzipiert wurde. Also ich will nicht wieder auf Herrn Höcke rekurrieren, aber der hat wörtlich gesagt, die EU muss sterben. Das klingt anders. Diese EU in der Form, sie muss anders werden. Nein, 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 es ist ein Unterschied, Herr Gauland. Wenn man sagt, die EU muss sterben, sagt man nicht, diese EU muss reformiert werden. Das ist ein Unterschied, würden Sie mir das zugestehen? Die Formulierung von Herrn Höcke hieß nicht, es ist auch auf dem Magdeburger Parteitag aufgetreten, die EU muss eine andere werden. Das meint er. Er meint diese EU. Also, es heißt, das Zitat heißt, diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Faktencheck, wir stellen es online, damit man es sehen. Weil wir vorher über Antisemitismus gesprochen haben. Ich muss das leider machen, weil viele, die uns zuschauen, wahrscheinlich das Gefühl haben, wenn jetzt die AfD für Israel und gegen Antisemitismus auch demonstriert und spricht, dann sind da die Falschen am Werk. Ich möchte Charlotte Knobloch einmal zu Wort kommen lassen in ihrer Rede im Bundestag 2021 im Januar zum Holocaust-Gedenktag. Diese Worte richte ich explizit nicht an die ganz rechte Seite des Plenums. Ich kann nicht so tun, als kümmerte es mich nicht, dass Sie hier sitzen. Ich spreche Sie nicht pauschal an. Vielleicht ist die eine oder der andere noch bereit zu erkennen, an welche Tradition da angeknüpft wird. Zu den übrigen in Ihrer Bewegung. Sie werden weiter für Ihr Deutschland kämpfen. Und wir werden weiter für unser Deutschland kämpfen. Ich sage Ihnen, Sie haben Ihren Kampf vor 76 Jahren verloren. Sie waren da, als jemand, der den Krieg und die Nachkriegszeit erlebt hat, Herr Gauland. Macht es Sie nachdenklich, wenn Frau Knoblochs etwas an Ihre Partei sagt? Ich habe da gesessen, es war eine große Rede von Frau Knobloch, aber in dieser Folgerung liegt es falsch. Da habe ich eine andere Meinung. Natürlich gibt es Antisemitismus in der Gesellschaft. Sie hat den Antisemitismus verliefert. Ich habe mich immer in dieser Frage auf Seiten Israels gestellt. Und ich habe immer deutlich gemacht, dass die Sicherheit Israels, die Existenz Israels, sozusagen Teil unserer Staatsräson ist. Das habe ich in allen Reden im Bundestag formuliert. Insofern trifft mich die Kritik von Frau Knobloch nicht. Also Sie haben eine Äußerung gemacht, die sich eingegraben hat in unserer Erinnerung. Jetzt kommen Sie nicht wieder mit dem Vogelschiss. Sie haben auch andere Äußerungen gemacht dazu. Sie haben unsere Erinnerungskultur in Frage gestellt. Sie haben gesagt, es muss ein Schlussstrich sein. Habe ich nicht gemacht. Ich kann das alles zitieren. Ich habe alles nachgeguckt. Ich bin eingetreten in eine Partei, um den Schlussstrich zu verhindern. Wir wollten aufarbeiten, was geschehen ist. Wir mussten das aufarbeiten. Und die Erinnerungskultur hat dieser Demokratie gut getan. Hat sie gekräftigt. Der Vogelschiss hat sie damals gekräftigt. Ein positives Wort. Ich habe nie über die Erinnerungskultur das gesagt, was sie gab. Nie. Also der Vogelschiss steht da. Sie haben sich dafür entschuldigt. Es bleibt trotzdem als Fanat. Ich habe mich nicht einmal entschuldigt, ich habe mich schon zehnmal dafür entschuldigt. Und im Übrigen muss ich ganz ehrlich sagen, niemand hat damals die Rede hören wollen. So ist das in der Politik. Ich werfe das niemandem vor. Der Vogelschiss war nicht bezogen auf den Holocaust oder auf irgendwelche Verbrechen, sondern bezogen auf die Kürze der Zeit in einer tausendjährigen Geschichte. Das war ein falsches Bild. Ich bestreite das überhaupt nicht. Nur in der Politik ist es wunderbar, dass Sie sich hundertmal entschuldigen können, tausendmal entschuldigen. Aber Herr Gauland, Sie kommen doch am besten raus, wenn Sie jetzt ein positives Wort zur Erinnerungskultur sagen. Ich habe immer ganz, was soll ich denn da noch sagen? Ich bin immer für die Erinnerungskultur eingetreten. Wir nehmen auch teil. Sie haben mich da sitzen sehen. Ja, Sie müssen mal Herrn Höcke fragen. Sie haben gesagt, Herr Höcke ist die... Da müssen Sie Herrn Höcke fragen. Nein, Herr Höcke ist die... Ich muss Herrn Höcke nicht fragen. Herr Höcke ist die Seele der AfD. Ach, ist doch nicht wahr. Haben Sie gesagt, er ist... Er ist der Vorsitzende von Thüringen von Seele der AfD, kann gar nicht die Rede sein. Er ist nur so stark geworden, weil Sie den rechten Flügel gestärkt haben, Herr Gauland. Sie haben gesagt, er ist die... Sie haben eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Ich bin also derjenige, der Herrn Höcke gestärkt hat. Ja, sind Sie. Das ist doch völlig Unsinn, Herr Baum. Wirklich politischer Unsinn. Ich fürchte, so muss man das sehen. Sie haben ihn mehrfach davor bewahrt, dass innerhalb der Partei sich gegen ihn ausgesprochen wurde. Sie haben gesagt, er ist die Mitte der Partei. Damit lassen wir es bewenden. Sind Sie denn dafür, weil es ein AfD-Verbot gibt? Es wird inzwischen gefordert. Wir haben Herrn Wanderwitz vorher gehört. Also wenn wir nur über das Verbot reden und glauben, das Problem sei damit erledigt, dann wäre das sehr, sehr kurzsichtig. Diese Gesellschaft muss das Problem lösen. Jeder einzelne von uns. Das habe ich nicht. Ich habe nie zum Verboten geneigt. Es gibt in anderen Demokratien, gibt es das nicht. Ich würde das aber nicht vollkommen adakter legen. Wir wissen ja noch gar nicht, was Ihre Kameraden da machen in der nächsten Zeit. Es kommt ein Bericht, es kommt eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts aus Nordrhein-Westfalen über die Frage, sind Sie ein Verdachtsfall oder nicht. Und das Urteil wird ganz entscheidend sein. Da werden nochmal, alles wird nochmal aufgelistet, was wir heute zum Teil besprochen haben. Also ich schließe das nicht aus, aber meine Präferenz ist es nicht. Wir, die Bürger, müssen uns wehren. Herr Gauland, Sie haben am Anfang gesagt, Sie sind in die CDU eingetreten, Sie sind irgendwann mal ausgetreten. Sie haben über die AfD gesagt, das ist ein gäriger Haufen. Mal angenommen, es hat sich irgendwann mal ausgegärt. Und es ist nicht ein Verfassungsschutz, nicht zwei, sondern es sind drei, es sind vier Verfassungsschutzanstalten, die Ihnen Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus nachweisen. Halten Sie dann, diese AfD, immer noch die Stange? Also, erstens ist das sozusagen irgendwas in die Zukunft projiziert, das ich nicht kenne. Darüber kann ich mich nicht äußern. Naja, die Hinweise häufen sich. Wir sind ein gäriger Haufen, der gärige Haufen bleibt auch. Immer noch? Dem Verfassungsschutz traue ich nicht über den Weg. Denn der Verfassungsschutz ist sozusagen Teil des politischen Kampfes der anderen Parteien gegen uns. Ach, absolut. Und Blödsinn ist mir klar, Herr Bauer, was Sie da sagen. Aber es ist so. Und von daher, Definitionen des Verfassungsschutzes interessieren mich persönlich gar nicht. Ein letztes Wort des Bundesinnenministers. AD, der Verfassungsschutz ist der parteipolitisch instrumentalisiert. Wir sind doch selber Beobachter, jeder von uns. Der Verfassungsschutz hat eine Aufgabe, uns zu informieren. Aber wir bitten uns doch unsere eigene Meinung. Das ist eine abwegige Diskussion. Dann danke ich, dass Sie heute das ausgetauscht haben. Wir hatten Anlass, einmal wieder über die AfD und nicht mit der AfD zu reden. Herzlichen Dank, Gerhard Baum, dass Sie hier waren. Vielen Dank, Alexander Gauland. Danke schön. Danke schön.